Guten Tag meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 22. November. Das ist der Gedenktag der heiligen Cecilia, auf die ich am Ende noch kurz zu sprechen komme. Ich grüße Sie hier aus dem Ignatiushaus in Berlin, in der Witzlebenstraße in Charlottenburg. Da bin ich jetzt angekommen und habe eine Woche lang eine Fortbildung hier in Berlin. Ich erfülle mir nämlich neben dem Klavierspiel einen zweiten hängen gebliebenen Lebenstraum, nämlich, dass ich auf meine alten Tage noch Französisch lerne. Und jetzt lerne ich bei einer Native Speakerin, ich weiß noch nicht, wie man das auf Französisch sagt, lerne ich jetzt die Anfangsgründe des Französischen bis Freitag. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass ich mich nicht so dumm anstelle. In der Apokalypse kommen wir zu einer Ernteszene, die vom Himmel ausgeht und ein bisschen unheimlich ist. Aber es sind auch schlimme Dinge geschehen. Wir haben einige Kapitel überschlagen und die ganze Erde ist in einer Raserei. Das Tier aus dem Abgrund und seine Spießgesellen überwältigen die Erde und die Bosheit nimmt überhand. Und da kriegt man, wenn man die ganze Apokalypse liest und nicht nur die Abschnitte, die ich Ihnen vortrage, da kriegt man auch wirklich so einen Überdruss und denkt sich, jetzt ist halt auch wirklich mal Zeit. Jetzt muss der Herr dem ein Ende machen, denn wir selber kommen aus dem Schlamassel nicht raus, den wir angerichtet haben. Und da bekommt diese himmlische Ernte, bekommt dann auch etwas Befreiendes. Jesus hat ja öfter in solchen Gleichnissen aus der Landwirtschaft gesprochen und hat das schon vorhergesagt. Zum Beispiel beim Unkraut und dem Weizen auf dem Acker, die miteinander heranwachsen, reißt das nicht auseinander vor der Zeit, sagt er, lass die Engel das machen. Die kommen als Erntearbeiter und die wissen, wie man gut und böse unterscheidet. Und ähnlich auch beim großen Gleichnis von der Saat, die auf verschiedenen Boden fällt. Auch da sind die Engel angekündigt. Und so könnte das aussehen in den Augen des Seers Johannes. Dann sah ich eine weiße Wolke. Auf der Wolke thronte einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er trug einen goldenen Kranz auf dem Haupt und eine scharfe Sichel in der Hand. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, Schick deine Sichel aus und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Die Frucht der Erde ist reif geworden. Und der, der auf der Wolke saß, schleuderte seine Sichel über die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel trat aus dem himmlischen Tempel. Auch er hatte eine scharfe Sichel. Vom Altar her kam noch ein anderer Engel, der die Macht über das Feuer hatte. Dem, der die scharfe Sichel trug, rief er mit lauter Stimme zu, Schick deine scharfe Sichel aus und ernte die Trauben vom Weinstock der Erde. Da schleuderte der Engel seine Sichel auf die Erde, ernte den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kälter des Zornes Gottes. Ja, mögen wir das Bild Christi sehen, wenn wie so ein Wetterleuchten am Horizont das, was hier der Zorn Gottes heißt, nahe die Empörung des Heiligen Gottes über die Schlechtigkeit der Menschen, dass sich dann Christus zu uns und vor uns stellt, wie er es versprochen hat, dass er eintreten wird für uns. Ja, und jetzt noch schnell zur Heiligen Cecilia. Die ist die Patronin der Kirchenmusik und die Kirchenmusik ist erzwichtig in diesen schwierigen Kirchenzeiten, denn die wird vor allem auch in Deutschland, wird die an vielen Stellen auf wunderbar hohem Niveau ausgeübt und nimmt viele Menschen mit, auch solche, die sonst keine einfachen Wege zum Gottesdienst oder zum Glauben der Kirche haben. Die Kirchenmusik ist ein Schatz und in ihr ist eine verkündigende Kraft, aber auf eine liebenswerte Weise. Und genauso liebenswert die heilige Cecilia, ihre wunderschöne Kirche, Stanta Cecilia in Trastevere, in diesem volkstümlichen Hafenviertel Roms am Tiber, das müssen Sie gesehen haben. Eigentlich heißt die aus der kirchlichen Frühzeit überlieferte Passage aus ihrer Heiligen Vita, die sehr stark legendarisch ist, dass sie beim Klang der Instrumente, die zu ihrer Hochzeit gespielt wurden, die sie nicht wollte, dass sie da in ihrem Herzen mitgesungen hätte, aber ein anderes Lied, ein anderes Hochzeitslied, nämlich zu ihrem himmlischen Bräutigam Christus, den sie gebeten hat, dass er ihr Leib und Seele rein bewahrt, damit sie nicht verderbe. Und daraus ist dann mit der Zeit geworden, durch eine grammatikalische Operation, dass die heilige Cecilia nicht zu Klang anderer Instrumente singt, sondern dass sie selber an der Orgel sitzt und spielt. Gut, mag sie das getan haben und möge sie weiter bitte ihre schönen Hände über die Kirchenmusik halten in Deutschland und überall auf der Welt zum Lobe Gottes und zur Freude der Menschen. Gott segne und behüte sie alle. Gott segne und behüte sie alle. Die Kirchenmusik?